ein gesicht wir schauen uns tik tok und kinsch tik tok ist echt günstig ausrufezeichen animation von philipp psd an der hier der karte von paluten und auf geht's und herzlichst willkommen zu diesem zivilisierten bewegbild es freut mich sehr sie auf diesem geile kanal begrüßen zu dürfen und jetzt moin moin und zwar habe ich wollte gedacht probiere ich bald hundefutter leite auch ich bin tik tok zum opfer gefallen der arme eine kleine gedenkpause in der gedenk minute für ihn das reicht das ist eine minute hatte ich nicht aus eine kleine gedenk minute für für den zum tiktor zum opfer gefallen an philipp erst die da so ein drama draus es ist doch voll die witzige app das ist nicht nur eine app denn während der corona ausgangssperre dachte ich mir okay an bord in der hausen und in der hausen und in der hausen also lad ich doch runter ich mein wie cringe kann das schon sein ja betretenes schweigen ja ähm quench dem city von social media durchgeknetete glibber masse von meinem gehirn im inneren ungefähr so aus bereits morgens beim anziehen kann ich an nichts mehr anderes denken als und wenn ich danach ins badezimmer gehe und wenn wir dann mal wieder einer unter meinen youtube kommentaren schreibt du bist du bist ein betrüger ja tik tok da kann ja jeder halten von was er will ich halte davon herrlich wenig ja weil man das gibt es noch irgendwelche fragen noch im chat oder so ist es ja tik tok was soll ich was soll man davon halten anher stimmen ich gucke ich gucke ich gucke mittlerweile ich muss wirklich sagen ernsthaft das ganze ganz im ernst ist es ich muss mir hier muss mich auch ganz ehrlich sein zu mir selbst und ich sage auch bin da auch ganz ehrlich und sage ich gucke den scheiß auf instagram das ist bei mir ist ich mittlerweile sieht mein instagram also da gibt es bei instagram gibt es ja diese suche die dieses die suchen funktion ist oder diese oder vorschläge funktion mittlerweile sieht man jetzt sieht das bei mir ähnlich aus versucht darüber zu scrollen ich versuche da die die ganzen tik tok memes dort raus zu filtern aber es ist ja es ist ja genauso meinem kopf mittlerweile nur ein gedanke das geht langsam etwas zu weit ich glaube ich bin süchtig ich brauche weder das handy noch brauche ich diese blöde app ich brauche das nicht ich brauche das nicht ich brauche das ganz und gar nicht wem geht es so nicht wem geht es so nicht das ist ich brauche das handy nicht was mache ich denn jetzt das ist mein handy ich brauche kein handy der chat youtube videos am pc egal ich kann das ja nicht für einen tag weg legen guck ich sagen guck ich halt am pc spiel ich mit dem pc nach durch die nach der scheiße von wann war das gerade lisa lisa und lena ist lena ist die ich würde mal sagen ich bin offiziell ach ja und hat sich ebenfalls auf tik tok gelernt habe manche menschen erhalten einfach nur ihren arsch in die kamera und deren follower sind so an der stelle hoffe ich dass euch das kleine video gefallen hat ihr könnt gerne diesen geilo kanal abonnieren und bitte schreibt mir das könnt ihr euch mal machen den für den diesen geilo kanal abonnieren auf der psd abonnieren der macht wirklich der macht wirklich kann man sie angucken ist bei mir schon längst in der box ich schaue mir das wenn das video rauskommt schaue ich das sofort an ich bin schon lange abonnent bei ihm lange lange ja gut mentale leute haut rein ich dachte das wäre noch teil von dem video und rein und werbung ja wirklich schön kann man mal damit nach oben bei dem von dem psd auch durch nach oben unter diesem video soll es euch gefallen haben lasst ein abo da mal neu seit blog aktivieren kommentare schreiben und abo da mal ja Untertitelung des ZDF, 2020